Joho, Yoshi-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Yoshi's Woolly World. Im letzten Part haben wir im Spukhaus... Naja, vielmehr in der Spuk-Schatulle in dem... War jedenfalls mit gruseligen Vorhangen herumgespielt. Vorher haben wir an Vorhängen eine Menge Spaß gehabt. Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Jetzt begeben wir uns rauf und runter, kreuz und quer in einen Baum, wie es aussieht. Und das versuchen wir erstmal ohne Trigger-Einstecker, so wie immer. Um zu schauen, ob wir vielleicht eine sinnvollere Variante finden können. Dann spontan einen Trigger-Einstecker benutzen, falls wir es brauchen. Rauf und runter, kreuz und quer. Müssen wir jetzt am Baum rauf und runter? Oh, die sind da gerade gewachsen. Hab ich genau gesehen. Da ist eine Blume. Kann man die vielleicht dazu bringen, dass sie nicht mehr wachsen oder sowas? So, erstmal Wolle holen, ja? Wollen wir sogar dicke Wollknäule bekommen? Moment, ich kam doch da jetzt gerade drauf. Was ist denn da? Aha, ich soll noch da oben? Ich will aber hier hin. Uh. Shiny, shiny. Okay. Ah, ich verstehe. Nee, nee, nee. So, nee. Nee, 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 nee. Ah, oh nee, da will ich hin. Da will ich doch, doch, doch. Danke. Bounced es denn weg? Ah ja, das bounced dann tatsächlich da dran rum, ja? Nee, nee. Ist auch nicht ganz korrekt, aber so ist gut. So. Du hässliche Pflanze. Geh weg. Dankeschön. Pa, 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 pa. Wieso bist du da hinten? War hier jetzt nicht... Ich hab hier doch irgendwo ne Blume gesehen gehabt. Moment. Hä, wie komm ich denn da hin? Aber der war ja auch gerade... Der war ja auch in ja... Oh, der war ja auch in Schleife. Wollte ich nur so... Wie komm ich denn jetzt wieder... Oh, jetzt muss ich wieder... Du bist wieder da. Okay, nein. 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 Nein, 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 nein. Nein. Na, warten wir ein bisschen. Wow, das wird anstrengend. Das kann ich jetzt schon voraussagen. Und... Geh ich da irgendwie raus? Aha, das kann man da um... Oh. Äh. Hier. Geh mal da hin. Uh. Shiny ist für uns. Ah, es wollte einen nochmal darauf hinweisen, dass man da runter kann, ja? Naja, das hab ich schon von alleine herausgefunden. Huch! Mach doch sowas nicht. Ich brauch dich doch. Moment, da oben ist noch mehr. Aber wir haben ja hier noch so ein Teil. Näh. Hier sieht's gut aus. Ja, noch da Sachen, die wir gebrauchen können. Und hier... Das Leben. Komm ich irgendwo weiter? Nein. Ist nur Deko. Nein, 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 nein. So. Nein, auch nicht ganz... Doch, doch läuft, läuft. Ah, da oben ist noch was. Ich nehm dich mal mit. Hm, halt so schräg. So ist gut. Und jetzt bitte einmal nach oben. Ah, sogar ein Wollknäuel. Wie viele Blumen haben wir jetzt schon? Eine Blume haben wir bis jetzt. Okay. Aber ich hab hier ja irgendwas vielleicht übersehen. Aha, Blume! Oder auch nicht. Ich brauch das Ding da mal wieder. Kann das Ding mal wieder wiederkommen? Dann nehm ich dich. Dann weißt du das Ding, was wir hatten. Oh, da war noch ein... Shiny. Nein, 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 nein. Nein, so ist gut. Gibt's da vielleicht ne Blume? Ne? Okay, war nur Deko. Aber ich habe ein Geheimnis gefunden, das ich sonst übersehen hätte. Gab's wenigstens nen Sticker? Hat sich das dafür gelohnt? Ich bin mir nicht sicher. Oh, hier kamen kleine Flusen runter. Oh, die Flausch, die kleinen Kautens wieder. Schön. Werden da angriffslustige Kautens nebenbei bemerkt? Oh Gott. Ähm. Aha. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die eventuell irgendwie alle... Wäääh! Lauf doch nicht weg! Halt, bleib ich hier. Mach dir mal einen mit, ne? Wer weiß, wahrscheinlich brauche ich den irgendwo oben. Oder die sollen einem nur nerven oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ähä! 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 Wenn man dann falsch drauf springt, man dann... Ähä! Aua! Ähä! Hier irgendwas? Wenn man schon mit denen durch die Gegend fliegen kann, dann möchte ich auch gucken, ob hier überhaupt... Guck mal, hier sieht doch... Das sieht doch nach was aus. Ha! Sag ich doch. Oh, das ist sogar ein Wollknäuel. Häh! Ne... 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 Perfekt. Nehä! Bounce! Nehä! Nehä! Als hätte ich es gewusst. So, jetzt da noch. Oh. Okay. Ich dachte, da ist jetzt eine Wolke. Nicht, dass da jetzt unbedingt lauter Shinies sind. Oh, da ist sogar eine Blume! Mh, Baby! Nein, 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 nein. Und jetzt. Wow, die hat... Und da ist noch. Was? Echt fast. Übersehen. Und jetzt die Schleife. Gut, dass ich nochmal hingeschossen habe. Merken, immer einfach überall in die Ecken schießen wir schon. Oh, Speicherpunkt. Ne? Hallo, Speicherpunkt, danke. Aber das sieht so aus, als wäre da was. Oh! Hoi! Ich kann das trotzdem nicht gut. Ich kann irgendwie da nicht... Weil ich immer nach oben drücken will. Hier? Ach komm, das sah so nach Geheimnis aus. Na komm. Zieh dich nicht so. Komm in meinen Gewahrsamen. Halt, Moment, die Ecke. Die Ecke. In der Ecke ist nichts. Gute Tür sein könnte. Aber da ist was. Na, na, na. Sag ich doch, sag ich doch. Oh. Das hat ja gut geklappt. Nein. Oh Gott. Ich wette, das sind, ähm, äh, sofort, äh, alledigende Stachelranken. Das ist so, das. Wie komme ich jetzt da unten? Oh, da oben ist schon wieder was. Äh, ihr könnt doch sowas nicht. Wow. Äh. Ich kann das nicht. Nein. Oh Gott. Oh. Oh. Doch, wohl, irgendwie. Aha. So, du wirst jetzt mal hier abgesetzt. Und bringst dich bitte mal hier hoch. Ah. Aha. Ich sag doch, da oben ist was. Danke. Hui. Oh, das war sehr erfolgreich. Danke. Einmal nach unten, bitte. Hä? Hä? Gott. Ein bisschen erschrocken vor dem... Nein, jetzt bin ich... Oh. Wollte ich nicht. Ich wollte... Wenn er sagt, ich soll da nach oben gehen, will ich hier hin? Nee, da ist nix. Wow. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Hm, hier geht's noch weiter mit dem Spaß, ja? Das ist ja nett. So, da hoch, ja? Hier hoch? Hier hoch? Da ist was? Ist was? Ist hier was? Da lang? Hier? Vier vielleicht? Ah. Oh, neben. Na gut. Ich probiere das einfach mal aus, wenn ich jetzt hier schon Wollknäule habe, die zur freien Verfügung sind. Ups. Dann kann ich auch einfach mal so nach oben ballern. Okay, aber da scheint jetzt nichts Relevantes zu sein. Nur dann übersehe ich halt jetzt hier die ganzen Steinchen nicht. Das ist ganz gut. Weil ich finde, dass sich diese komischen blauen runden Böppel nicht so einfach steuern lassen, wie es aussieht. Wahrscheinlich sieht es auch überhaupt nicht einfach aus. Ich stelle mich nur einfach auch wieder unglaublich dämlich an. Ähm. Ähm. Äh. So? Da ist was. Ich kann mich hinstellen. Haha! Ja, nicht mit mir, ne? Habe ich gleich gesehen. Sogar mit Stempeln. Das lohnt sich ja mal richtig. Haha. Pfeil nach oben. Gehen wir gleich nochmal ganz nach unten. Habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Na gut. Hui. Puff. Und holen uns ein paar neue Wolken. Oh, gleich so ein Dinges hier. Die Farben sind schön, passend zu dem Hintergrund. Ich finde es immer sehr gut, dass die Farben hier auch passend da zum, ähm... Zu dem, was wir uns so erlebt gestaltet sind. Nein. Nein. Okay. Leicht schräg ist in Ordnung. Habe ich da jetzt alles? Kann ich dich mitnehmen? Ist hier hoch? Kann ich dich hier vielleicht noch... Ja, ich kann dich hier sogar noch gebrauchen. Wo gehst du da nicht hin? Geh da hin. Bäh. Mach das nicht. Vielleicht muss ich dich hier oben abliefern. Ne, das ist auch zu hoch. Wobei... Oder? Aha. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt hier rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Okay, 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 alles gut, alles gut. Ich bin dran gekommen. Hätte ich nämlich wieder mit. Wer weiß, was ich dich noch brauche. Okay, jetzt dazu erstmal nicht mehr. So. Uh, das gab irgendwie volle Kettenreaktion. Habt ihr das gesehen? Aha. Ah, da ist eine... Oh, da ist eine Tür. Und die komme ich nur rein, wenn ich auf so einem Poppelboppel stehe. Was sind das überhaupt für Dinger? Poppelboppels ist ja überleg jetzt nicht so der Name der Saison. Hallo? Alter, müssen das so viele sein? Ich komme mit denen noch nicht klar. Das hat mich doch schon häufiger bewiesen. Oh Gott, das kommt ja noch von hinten, ja? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Ich komme mit denen nicht klar. Ich komme mit denen nicht klar. Äh, äh. Wieso müssen das so viele sein? Aua. Komm her. Komm schon. Wir müssen uns nochmal treffen hier. Komm her. Aua. Mann. Okay, das sind keine One-Hit-Kill-Stacheln, ja? Danke. Danke. Zack. Äh, zack. Äh, zack. Äh, zack. Komm her. Ich brauche noch ein paar Eier. Das ist ein schön weiß. Schöne weiße Baumwolle. Toll, jetzt bin ich an die Stacheln gesprungen und habe mir Aua gemacht. Das war so nicht geplant. Schallgeil-Wahnsinn. Komm mal hier, das sieht doch schon wieder so nach einem Geheimnis aus. Na? Nee? Da weißt man auch manchmal nicht mehr, was Vordergrund und Hintergrund ist. Danke. Moment. Und der ist so. Oh, wow. Das Skill. Habt ihr das gesehen? Das war Skill. Und Vorsicht. Und jetzt hier rüber. Moment. Moment, 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 Moment. Ich traue der Sache noch nicht. Sollte das gewesen sein? Wie viel haben wir denn jetzt? Hm, ja, das sieht gut aus. Wenn das jetzt der nächste Level-Abschnitt ist, dann kommen wir hier eventuell. Oh. Nom, nom, nom. Hier was? Müssen wir mal nachgucken. Der Rückweg ist uns nicht versperrt. Falls wir was übersehen haben sollten, könnten wir jederzeit dahin. Ah. Hier geht es ziemlich rund. Moment, Moment, Moment. Erst mal nach oben. Man weiß nie. Dann war das doch nicht so spannend. So, hier nach oben. Da ist auch nichts. Kann ich lang? Äh. Äh. Oh, oh, oh. Ja? Oh. Okay. Ich hätte jetzt eher so gedacht mittig. Aber war auch nicht unbedingt relevant. Kann ich dich mal mitnehmen, bitte? Nein. Machst du das nicht? So nicht direkt nach oben, ja? Wenn du direkt in die Stacheln möchtest, das kannst du gerne machen. Ich hab da nicht so das Interesse dran. Was da unten sind Bounce? Sind das Bounce? Tink, kann man hier stehen? Ja. Hä? 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 Was gibt es hier oben alles Schönes? Ein Wollknäuel. Kannst du mal... Danke. Yes. Alle Wollknäueler. Das ist gut. Das ist richtig gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier alles hatten. Deswegen gehe ich nochmal gerade hier hoch. Ah, hier ist so... Da. Haha. War jetzt aber nicht relevant. Gut. Nehmen wir das auch. Oh Mann, hier wird es immer knapper, ja? Wollen wir das wirklich so machen? Immer knapper. Ei, 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 ei. Kann ich dich... Kannst du mal... Danke. Hm, Lebenspunkte. Das ist so... Ah, gut! Oh je. Okay, das sollte jetzt hier nicht so kompliziert werden. Der ist einfach nach unten gepurzelt. Das war so jetzt auch nicht geplant. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, liebe mich! Nein! Nein! Warum? Warum, Yoshi? Warum? Das Wasser, oder? Das Wasser hat ihn runtergedrückt, oder? Oh nein! Jetzt haben wir nichts mehr zum Werfen. Müssen wir es nochmal mal... Ach ja, hier, hier, Gott sei Dank, gibt es ja was. Oh, jetzt kommen wir nicht mit vollen Lebenspunkten durch. Das ist ja sowas von dämlich. War hier nicht irgendwas? Nee, ne? Hier war was. Hier. Jo. Aber das hat nicht viel gebracht, dass da was war. Äh, nochmal nach oben. Können wir da nochmal rüber, bitte. Weil das ist so ein bisschen uncool. Danke. Hier war jetzt jede Menge Zeug. Dann nehmen wir dich aber auch mal mit. Und dich auch. Und dann geht's hier oben nochmal lang. Hopp. Hopp, hopp. Ich wusste nicht, dass die mal in unterschiedliche Richtungen dann gehen. Aber anstrengend ist das. Das Level empfinde ich als anstrengend. Nein. Nein. Danke. Nein. Äh. Ich weiß jetzt nicht. War hier nicht was? Hier was. Ja, hier war was. Volle Lebenspunkte werden wir nicht mehr zusammen kriegen. Gut. Vielen Dank. Okay. Ich mag das Wasser nicht. Ich mag das Wasser ganz und gar nicht. Das drückt einen richtig runter, ja? Ähm. Ich muss jetzt hier ein bisschen vorsichtiger sein. Hm. Da. Nein. 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 So. Jawohl. Oh Gott. Nein. 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 Äh. Kein Freund davon. Schmiss das! Bäm! Baby! Das war's schon. Wenn ich hier nicht runtergefallen wäre, hätte ich das sogar mit vollen Lebenspunkten geschafft, ja? Miochi! Wow. Das war, naja gut, knapp. Ansonsten, ich glaube, wir haben alles gefunden, ne? Alle Blumen. Alle Wollknäule. Alle Stempel. Ja, das sieht doch super aus. Nicht ganz 100 Prozent, aber hey, wir haben unser Bestes gegeben, ja? Miochi! Und der Knopf rollt vorbei. Gefolgt von einem anderen Knopf. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt für einen Yoshi bekommen. Der Leoparden-Yoshi. Uh, ein richtiger kleiner Dschungel-Yoshi. Ja, der richtig Leoparden muss. Doch, ist das süß. Oh, oh. Eine Piranha-Pflanzenburg? Das ist ja vielversprechend. Na, dann werden wir uns die Piranha-Pflanzenburg wohl mit dem Leoparden-Yoshi beim nächsten Mal ansehen. Oh je. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Favorisieren, fürs Teilen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play. Yoshi! Hol ihn mal. Bis dahin. Bye.